würdest du gerne deine körperhaltung ganz nebenbei verbessern ich bin lucia von flying mad yoga und zeige dir wie du yoga in deinen corona alltag integrieren kannst es ist ja so dass wir gerade sehr viel warten oft auch in der schlange stehen nutze diese zeit achte auf deine körperhaltung immer wenn du wartest dreh deine fußspitzen genau in die gleiche richtung roll den bauch nach innen dein steißbein nach unten schieb den scheitelpunkt nach oben und das wichtigste sind allerdings deine hände dreh deine daumen nach hinten und lehn die handrücken an den körper an die fingerspitzen dabei nach unten also drei richtungen deine handrücken zum körper die daumen nach hinten die fingerspitzen nach unten und dadurch löste verspannungen in den brustkorb und nutzt die zeit zum warten um deine körperhaltung zu verbessern volle kraft voraus trotz korona